An den Börsen haben wir jetzt schon seit einem Dreivierteljahr eine Rallye, aber plötzlich geht es abwärts. Und das, obwohl die Daten und auch die Markteinschätzungen eigentlich immer besser werden. Ist das jetzt nur ein Rücksetzer oder kippt der Markt gerade? Und wenn ja, was könnte dafür der Grund sein? Bis gleich! Ständig wartet man auf irgendwas. Im Supermarkt, in der Hotline, in der Todeszelle. Der Autofahrer wartet im Stau, der Bahnfahrer wartet darauf, dass der Zug endlich fährt. Annalena Baerbock wartet darauf, dass ihr Flugzeug endlich wieder fliegt. Oder im Kino, ganz klassisch. Erst wartet man ewig darauf, dass der Film endlich losgeht. Sobald er dann angefangen hat, wartet man nur noch darauf, dass er endlich vorbei ist. Man wartet darauf, dass die Liebe seines Lebens wieder zu einem zurückkommt, nachdem sie durchgebrannt ist mit George Clooney. Aber irgendwann wird sie ihren Fehler ja wohl einsehen. Und sie warten wahrscheinlich gerade darauf, dass das Video hier endlich losgeht. Aber der Anleger, auf was wartet der? In einer Marktphase wie jetzt, würde ich sagen, er wartet auf die Korrektur. Und zwar schon eine ganze Weile, damit er endlich die auch mal hinter sich bringen kann. Weil sie ja sowieso unvermeidlich ist. Zumindest ist einem das ja ständig gesagt worden. Und wenn man sie dann mal hinter sich gebracht hat, dann müsste man eben auch nicht mehr so vorsichtig sein. So vorsichtig wie jetzt. Wer läuft schon gerne eine Rallye hinterher, die schon lange läuft, dann schon lieber bei der Dip. Nur der verdammte Dip ist nie gekommen in letzter Zeit. Jetzt haben wir ihn aber wenigstens schon mal einen Dip. Einen gewissen hier zum Beispiel beim S&P 500 Index aus den USA. Das ist der Ein-Monats-Chart von TradingView. Seit Anfang August geht es plötzlich runter und zwar sogar relativ steil. Obwohl die Berichtssaison gut war, obwohl die amerikanischen Wirtschaftsdaten auch überraschend gut sind und obwohl die Inflation zurückgeht. Und bevor jetzt einige von Ihnen hier wieder aufschreien und hier jetzt gleich drunter schreiben, Fake News, Inflation geht überhaupt nicht zurück. Haben Sie mal geschaut, was Essiggurken gerade kosten bei Aldi. Eine fallende Inflation heißt nicht, dass die Preise wieder fallen, sondern nur, dass der durchschnittliche Preisanstieg sich verringert hat. Die Preise steigen also nur weniger stark. Und wenn Sie hoffen, dass Sie die Preise von 2020 wieder kriegen, dann müssen Sie wahrscheinlich leider sehr, sehr lange warten. Und das ist von den Notenbanken auch gar nicht beabsichtigt. Das ist vorbei. Der Schaden ist schon angerichtet. Das nur, damit alle auf dem gleichen Stand sind hier. Keiner bleibt zurück. Wir schreiten hier gemeinsam voran. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch alle schon hier dabei sind als Kanalabonnenten. Und ansonsten zum Kanalabo geht es hier rechts unten. Und hier ist sie nochmal kurz, die amerikanische Verbraucherpreisinflation. Seit letztem Sommer ist sie eben wieder rückläufig. Und das ist an den Börsen jetzt ja auch abgefeiert worden, das letzte Dreivierteljahr. Bis Anfang August. Und jetzt aber eben nicht mehr. Nur was heißt das jetzt? Wir haben die Erholungsrallye seit Oktober. Der DAX ist seitdem um 32% gestiegen. Der S&P 500 um 24% und der Nasdaq 100 Index sogar um 40%. Ihre alten Rekorde haben sie zum Teil nochmal übertroffen. Oder sie sind wenigstens in der Nähe von ihren alten Rekorden. Und was in dieser Rallye eingepreist worden ist, das ist ein Idealszenario natürlich. Das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben im Moment auch nicht mehr abwegig, dass dieses Idealszenario auch wirklich so eintrifft. Und speziell in den USA ein starker Inflationsrückgang, wie gesagt. Und das aber gleichzeitig, ohne dass es die Wirtschaft brutal getroffen hat. Was man bei den hohen Zinsen ja befürchten müsste. Aber die letzten Wirtschaftsdaten, die waren eben auch wieder gut. Ein annualisiertes BIP-Wachstum von 2,4% im zweiten Quartal. Also nochmal besser als die 2,0% im ersten Quartal. Und das in so einem Zinsumfeld. Das ist schon was. So dass man sagen kann, die Optimisten, die die Aktien gekauft haben, die haben bis jetzt Recht gehabt. Jetzt ist es aber so. Die Börsen sind jetzt eben oben. Und dadurch darf bei diesem Sonnenschein-Szenario jetzt nichts mehr verrutschen. Und das tut es aber gerade. Die Bullen sagen ja seit vielen, vielen Monaten, bald ist es mit den hohen Zinsen vorbei. Bald haben wir es hinter uns, obwohl die FED die ganze Zeit gesagt hat, wir haben es noch nicht unbedingt hinter uns. Und im Juli, da war die Inflation zwar auch nur bei 3,2%. Damit ist sie aber zum Vormonat nicht mehr gefallen, sondern sie ist wieder leicht gestiegen. Im Juni war sie nämlich schon bei 3,0% unten. Und das, obwohl ja die Basiseffekte immer vorteilhafter werden, weil ja das Preisniveau im Vorjahr auch schon sehr hoch war. So dass man sich doch fragen muss, ist es vielleicht doch so, dass die FED die Zinsen doch nicht so schnell senken kann? Der Markt geht felsenfest davon aus, dass die FED ab nächstes Jahr die ersten Leitzinssenkungen macht und dass der Leitzins dann Anfang 2025 wieder nur noch so bei 3,8% ist. Bis jetzt, in den letzten eineinhalb Jahren, da waren diese Prognosen immer viel zu optimistisch. Aber nur dadurch, dass der Leitzins jetzt angeblich bald wieder fällt, nur dadurch kann man sich es ja auch erklären, dass zum Beispiel der Zins auf 10-jährige Staatsanleihen in den USA zur Zeit deutlich unter dem Leitzins liegt. Normalerweise liegt er deutlich drüber. Das sind die Renditen auf 10-jährige amerikanische Bonds seit der Finanzkrise. Ende 2008 war der Leitzins nämlich schon bei 0, aber die Bond-Renditen waren zum Teil immer noch bei über 4%, weil man gedacht hat, die FED hebt die Zinsen ja bald wieder an. Und in dieser kompletten Nullzinsphase waren die Marktzinsen immer bei mindestens 1,5%, meistens aber eher sogar bei 2-3%. Und auch in der nächsten Nullzinsphase nach dem Corona-Crash, die ging bis Anfang 2022, auch da waren sie mindestens bei 0,5% und am Ende aber auch schon bei 1,5%. Aber jetzt sind sie plötzlich unter dem Leitzins. Der ist nämlich schon bei 5,25% bis 5,5%. Und was außerdem noch interessanter ist, das ist hier jetzt der Einjahres-Chart, das Hoch bei den Marktzinsen, das war schon erreicht letztes Jahr im Oktober. Seitdem sind sie wieder runtergegangen. Und gleichzeitig ist es ja auch seitdem mit Aktien hochgegangen. Und im April war der Zins auf 10-jährige Bonds sogar nur noch bei 3,25%. Aber seitdem geht es wieder nach oben und zwar stark. Und wir sind jetzt auch fast wieder beim Oktober hoch. Der Bondmarkt ist, was die FED betrifft, jetzt gar nicht mehr so optimistisch. Und damit wird es für Aktien jetzt aber langsam eng. Und die Anleger sind auch wieder ziemlich empfindlich, wenn es um Inflationsthemen geht. Zum Beispiel bei den letzten Einzelhandelsdaten, die waren nämlich zu gut. Und gute Nachrichten sind nämlich plötzlich wieder dadurch schlechte Nachrichten. Das Thema haben wir jetzt ein Dreivierteljahr lang nicht mehr gehabt. Und jetzt haben wir es aber plötzlich wieder. Weil sowohl Aktien wieder oben sind, als auch die Zinsen. Und wir alle wissen, hohe Zinsen, die sind natürlich nicht nur schlecht für die Unternehmen, sie sind nicht nur schlecht für die Verbraucher und für die hochverschuldete amerikanische Regierung und auch für den Immobilienmarkt und so weiter, sondern hohe Zinsen machen Aktien eben schlicht und einfach auch unattraktiver. Die Grafik hier ist vom Economisk das Equity Risk Premium vom breiten S&P 500 Index. Also die Gewinne der Unternehmen einfach relativ gesetzt zur Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen. Und da sehen wir, relativ zu Bonds ist der Aktienmarkt so unattraktiv wie seit 2007 nicht mehr. Und mal ganz abgesehen davon, der Aktienmarkt braucht natürlich auch Liquidität. Und die geht aber gerade auch zurück. Die Grafik ist jetzt von der Financial Times, der S&P seit der Corona-Krise in gelb und die verfügbare Liquidität in blau. Da sehen wir, es hat da meistens einen starken Gleichlauf gegeben, aber seit früher hat sich der Aktienmarkt nach oben abgekoppelt. Ist die Frage, wie lange das durchhält. Und das dann noch kombiniert mit den übrigen bekannten Problemen, mit einer möglichen Krise bei amerikanischen Gewerbeimmobilien jetzt zum Beispiel oder diesem kompletten Überschwang, den wir jetzt auch schon wieder haben, bei Meme-Stocks und bei Technologieaktien, die keinen Gewinn machen, die unprofitabel sind. Wenn man das alles zusammennimmt, man muss es einfach sagen, der Markt ist fällig für eine Korrektur. Aber Fundamentaldaten sind natürlich nicht das Einzige im Leben. Und ich weiß auch nicht, wie es Ihnen mit dem Ganzen jetzt geht. Es kann sein auf der einen Seite, dass Sie sagen, oh je, ich bin voll investiert, ich habe mich da stark aus dem Fenster gelehnt, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht sagen Sie ja auch, so wie eingangs, na, Zeit wird's. Ich war schon ewig auf die Korrektur, sehnsüchtig geradezu. Und darum war ich ja auch so vorsichtig die ganze Zeit und habe mich nicht reingetraut so richtig in den Markt. Da sind Sie auch nicht der Einzige. Ich hier habe ja zum Beispiel auch in meinem Ausblick auf 2023 vermutet, dass das Jahr zwar relativ gut wird wahrscheinlich, dass es dann aber im Jahresverlauf nochmal einen harten Rücksetzer gibt. Nur davon war eben bis jetzt nichts zu sehen. Und mit unserer Zurückhaltung sind wir aber in ganz guter Gesellschaft. Die Institutionellen, zumindest die, die regelmäßig befragt werden von der Bank of America, mit einem verwalteten Vermögen übrigens von 545 Milliarden Dollar, die waren auch durchgehend pessimistisch, fast das ganze Jahr durch. Und ich habe es schon öfter gezeigt, seit Herbst 2022 war die Stimmung bei den Huns miserabel und monatelang sogar schlechter als in der Finanzkrise von 2008. Und solche absoluten Stimmungstiefs sind meistens gute Kaufgelegenheiten und so war es auch diesmal. Und dadurch ist denen der Markt dann aber natürlich davongelaufen. Sie haben eine Zeit lang dann noch darauf beharrt, dass der Markt schon wieder fallen wird. Aber interessanterweise, jetzt haben sie kapituliert. Das ist die ganz neue Umfrage von der Bank of America. Die Stimmung ist jetzt unter denen immer noch nicht irrwitzig gut, aber sie hat sich doch signifikant verbessert. Sie ist wieder so gut wie seit Februar 2022 nicht mehr. Und plötzlich glaubt auch die Mehrheit von diesen Großanlegern, dass die Inflation doch zurückgeht und dass wir doch eine sanfte Landung haben werden. Und plötzlich sind die auch in Technologieaktien so stark übergewichtet, wie seit Dezember 2021 nicht mehr. Also kurz nach dem Rekordhoch übrigens damals vom Nasdaq Index. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Anstieg, dass es zu einem guten Teil genau diese Großanleger waren, die den Markt in den letzten Monaten eben noch extra hochgetrieben haben. Und zwar nicht aus Überzeugung unbedingt, sondern weil sie es einfach mussten. Das Risiko, dass der Markt noch weiter steigt, das war für die einfach zu hoch. Und das ist jetzt aber eben anders. Sie sind eben nicht mehr extrem untergewichtet. Und das ist für die Rallye jetzt aber auch gefährlich, weil damit bricht jetzt eine zusätzliche wichtige Stütze auch langsam weg. Und wie gesagt, kombiniert mit den ganzen anderen Problemen, Überbewertungen, Liquiditätsrückgang, hohe Zinsen und so weiter, da würde ich schon sagen, es sieht nicht gut aus. Der Rücksetzer die letzten Wochen, das war natürlich nichts im Vergleich zum Anstieg. Vorher sowas gibt es immer mal. Und es muss auch nicht sein, dass das jetzt schon die große Korrektur ist. Ich kann mir gut vorstellen zum Beispiel, dass das die Leute jetzt zwar erschreckt und dass es dann aber doch wieder aufgefangen wird, so in den nächsten Wochen, weil wahrscheinlich eben doch immer noch viele auf der Seitenlinie stehen, dass also diese Korrektur jetzt erstmal nur angetäuscht wird vom Markt, dass es dann wieder hochgeht, dass die Anleger das vielleicht in ein paar Wochen auch schon wieder vergessen haben, bevor es dann, wenn die Bären dann richtig kapituliert haben, bevor es dann nochmal stärker runtergeht. Das ist von mir jetzt aber nur so eine Idee, das sollten sie jetzt nicht für barge Münze nehmen. Und wir wissen ja auch, solche Prognosen für die Marktentwicklung, das ist immer sehr schwierig. Und man sollte jetzt natürlich auch nicht zu sehr versuchen, dass man da den Markt genau timet und dass man dann seinen Tanker da alle paar Tage mal links rumreißt und dann wieder rechts rumreißt. Ich persönlich würde empfehlen, dass man sich im Moment moderat defensiv positioniert und ansonsten abwarten und schauen, was wann weiter passiert. Wie gesagt, das Ganze kann ja auch eine Chance sein für Sie als Anleger. Und warten ist eben auch manchmal eine Tugend. Ich persönlich, ich warte jetzt zum Beispiel immer noch auf Ihr Kanalabo, sehnsüchtig. Dabei dann auch bitte auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind. Dann müssen Sie auf die auch nicht so lange warten. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit damit. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.